Die Firma Meltprep GmbH aus Graz revolutioniert die pharmazeutische Industrie mit VCM, Vacuum Compression Molding. Dieses neuartige Verfahren ermöglicht erstmals die effiziente Entwicklung von schmelzextrudierten Medikamenten. Durch Schmelzextrusion werden thermoplastische Trägermaterialien mit Wirkstoffen vereint, sodass diese ihre Wirkung im Körper optimal entfalten können. In der Massenproduktion hat sich das Verfahren bewährt. Für die Herstellung von Prototypen neuer Medikamente verursacht es aber lange Entwicklungszeiten und hohe Kosten. Durch Verkleinerung der bestehenden Anlagen konnten die Probleme nicht gelöst werden. Die revolutionäre Technologie von Meltprep ermöglicht erstmals ein schnelles und verlustfreies Herstellen von Prototypen neuer Formulierungen. Dafür werden minimalste Pulvermengen in einer mit Teflon ausgekleideten und zugleich flexiblen Probenkammer unter Vakuum aufgeschmolzen. So werden Luftblasen vermieden und perfekte Proben garantiert. Die geschmolzenen Pulvermischungen hinterlassen zudem keine Rückstände auf dem Teflon und machen einen erneuten Einsatz der Probenkammer schnell und ohne Reinigung möglich. Pharmaunternehmen können damit eine Vielzahl von Formulierungen in kurzer Zeit testen. Dadurch steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit neuer Entwicklungen deutlich, während die damit verbundenen Kosten von neuen Medikamenten drastisch sinken. Die Technologie wird bereits von führenden Pharmaunternehmen erfolgreich verwendet und leistet damit einen Beitrag, um Patienten schneller mit der bestmöglichen Therapie zu versorgen.